Hey, hey, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer süßen Rainer und wir wollen heute mal ein bisschen Geld mit ihr verdienen, damit wir das Kinderzimmer einrichten können und Rainer möchte auch heute ihren Kopf mal so ein bisschen freikriegen, denn Kohl wird mit seinem Sohn einfach nicht warm und Rainer überlegt gerade, was sie daran tun kann, was sie daran machen soll, sie hat keine Ahnung, Kohl sagt, es wäre nichts und es wäre soweit alles in Ordnung und ja, nun versucht sie auf der Arbeit so ein bisschen den Kopf gerade frei zu bekommen. Ja, in den Kommentaren wart ihr auch alle sehr überrascht über ihren neuen Look. Rainer, du kannst jetzt kein Yoga machen, du wirst jetzt hier Patienten warmherzig begrüßen, denn du sollst jetzt erstmal ein bisschen arbeiten, mein Schatz, du sollst ein bisschen arbeiten, mein Schatz. Ja, die Kinder sind auch gerade zur Schule, Kohl ist mittlerweile Polizistenfall Nummer 7, wir haben jetzt 152.000 Simoleons mittlerweile ergattern können und darauf bin ich schon sehr, sehr stolz mit unserer Rainer und ja, nun wollen wir doch mal gucken, wie es aussieht mit unserer süßen Rainer, was sie jetzt heute hier so ein bisschen in der Tierklinik verdient und was hier jetzt gerade so ein bisschen auch mal los ist, sie wird jetzt erstmal diese wundervolle Katze behandeln und die hier auf dem Staubsaugerpferd, wie lustig, ach wie lustig, aber es wundert mich, dass Rainer gar nicht ihr Outfit angezogen hat, doch jetzt, jetzt hat sie es an, ihr habt gerade auch gesehen, Untersuchung von Nika beginn, Eingriff wird bereits vorgenommen. Oha, schwereste Operationen hier und ich hoffe, wir werden heute erstmal ein bisschen mehr Geld runternehmen, denn unsere Sterne sind auch runtergegangen und ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht kommt unsere Mausi auch gar nicht so gut an, also wir müssen jetzt erstmal, oh nein, 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 nein. Jetzt muss ich wieder warten, bis er hochgefahren hat, manchmal spinnt das hier auch, mit der Tierklinik. Mal geht's gut, dann wieder nicht. So, wir werden jetzt erstmal das arme Tier beruhigen. Was macht unsere Mausi denn? Oh, entschuldigt bitte, mein Mausrad ist gerade ein wenig kaputt. Vielleicht sollten wir bald nochmal einen zweiten Tierarzt einstellen, dann läuft es hier ein bisschen besser. So, Patient beruhigen, Tier beruhigen. Oh, diese Augen, oh Gott, oh Gott, was ist hier los? Ich will das nicht. Dann wirst du die Temperatur messen und dann wirst du mal den Mund untersuchen direkt danach. Na siehste, jetzt ist doch schon mal alles in Ordnung. Oh, jetzt ist Katzi auch wieder glücklich. Ah, Rainer hat schon herausgefunden, was da los ist. So, dann geben wir ihr doch direkt mal was gegen ihre Erkrankung, schicken unseren Superstaubsauger gleich auch nochmal los und dann können wir gleich wieder den Reinigungsvorgang starten. Kämpfe üben? Nein, Rainer, das sollst du bestimmt nicht. Auf jeden Fall, sie ist ja hier auch gerade am Behandeln. Also sie tut und macht ja auch. So, dann kannst du dich darum kümmern. Können wir hier jetzt auch einmal Patient entlassen, genau. So, und dann holen wir uns mal den nächsten Patienten, damit wir hier endlich mal weiterkommen. Er hat ja gar nichts mehr oben drüber, aber wir behandeln die nächste Katze. Oh Gott, ganz viele kranke Katzis hier unterwegs, ganz viele kranke Katzis hier unterwegs. Obwohl, jetzt ist er eigentlich gerade ziemlich ruhig, ne? Schadet ja auch nicht. Das schadet ja auch nicht. Unsere Bewertung ist jetzt gerade wieder gestiegen. Ähm... Das Tier müssen wir auch erstmal beruhigen. Die ist auch ganz aufgebracht. Oh Gott, sie ist blau. Was ist da los? The Blue Cat-Syndrom, würde ich mal sagen. Das Blue Cat-Syndrom. Ja, warum keine Videos kamen, das tut mir auch unglaublich leid letzte Woche. Nur, ich lag mit Corona flach und mit 40 Fieber eine Aufnahme zu machen, das war mir schier unmöglich. Deswegen gibt es heute auch erstmal eine etwas ruhigere Folge, denn ich habe auch immer noch mit ein paar Nachwirkungen zu kämpfen. Fühle mich aber jetzt gerade gut genug, um aufzunehmen und deswegen gibt es heute auch mal eine etwas ruhigere Folge und ich hoffe, das nehmt ihr mir jetzt auch nicht zu übel, wenn es dann auch mal ein bisschen ruhiger ist. Ähm... Denn wir brauchen ja eh nochmal so ein bisschen Garena. Das nützt ja alles nichts. Na, Leute, das nützt ja alles nichts. Und was wäre da denn besser, als hier einfach einmal auch, ähm... Eine Tierklinik-Folge, denn wir waren lange nicht mehr hier. Oh, Besitzer die Rechnung geben. Okay. Na, also wir nehmen ja auf jeden Fall ordentlich was ein. So, dann nehmen wir... Patient entlassen. Ähm... Entlass doch mal den armen Patienten. Er wird scheinbar schon behandelt, weil sein Tier ist ja schon hier. Dann gucken wir hier mal weiter. Da. Da haben wir einen neuen. Patienten ungeduldig begrüßen. Warum bist du denn so ungeduldig, Rainer? Du fühlst dich unwohl. Geil. So, jetzt fühlst du dich wieder okay. Oh, ich glaube, das kriegen wir so hin, ne? Machen wir mal Atmung abhören. Oh, wir haben schon alles rausgekriegt. Und jetzt haut die Katze ab. Geil. Das wäre ja mal wirklich eine superschnelle Untersuchung gewesen. Aber unsere Bewertung ist jetzt direkt wieder gestiegen. Was ist denn hier los? Hallo? Rainer, was ist denn da los? Ach, jetzt zählt. Okay. Okay. Ich brauch doch nichts mehr untersuchen, Rainer. Ah, machst du schon. Guck mal, die Kiddies kommen auch gerade aus der Schule zurück. Und wir haben ja jetzt auch schon mal echt gutes Geld verdient, ne? So, Rainer, versuch das doch mal einmal aufzuwischen, was wohl nicht geht. Dann entlass mal den Patient. Und dann wirst du erstmal unsere Süßmausi hier mal loben, dass sie den Laden eine ganze Zeit lang alleine gerockt hat. Ich guck mal, ne? Sie ist auch noch ein Star, ne? Herabstufen. Dann gib ihr doch mal... Gib ihr doch nochmal eine Beförderung. Ich finde, das hat sie sich einfach verdient. Ne? Sie hat hier alles alleine gerockt. Und, ähm... Ich glaube, Rainer kann es sich ja auch mittlerweile leisten, ne? Wo ist Miyugi denn? Wo ist sie hin? Ist sie wieder schwimmen gegangen? Das macht sie ja so gerne. Der Sporttag des Football-Teams beginnt. Okay. Nein, eigentlich suche ich gerade Miyugi. Da ist sie auch. So, dann mach doch jetzt nochmal loben. Oder ist Rainer jetzt festgebackt? Rainer, kannst du hier hingehen? Ja, das geht. Dann geht das ja gerade mit Miyugi nicht. Ja, gut. Dann machen wir erstmal natürlich weiter und holen uns jetzt erstmal noch eine Patientin hier ran. Oh, guck mal, von Daniela ist das doch die Mausi hier, ne? Die ist auch hier. Sehr schön. Viele Gesichter auch von euch sehen wir hier wieder, ne? Mit Chilo. Oh. Ähm, okay. Dann gehen wir sie doch mal behandeln. Oh Gott, Rainer muss ganz dringend pieseln. Da müssen wir uns aber ganz dringend beeilen. Da müssen wir uns jetzt ganz dringend beeilen. Oha. Untersuchung. Die müssen wir erstmal beruhigen. Nein. Untersuchung von Missy beginnen. Jetzt mach mal hinne hier. Rainer, du darfst dich jetzt noch nicht einpieseln. Hier geht ja gerade alles schief. Ich spule mal ein bisschen, damit wir die Rainer so schnell wie möglich erlösen können. Oh, dieser Gesichtsausdruck, ne? Dieser Gesichtsausdruck dabei, ne? Ich brauche den Tisch. Danke. Oha. 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 So, dann machen wir hier Haut- und Felluntersuchungen. Was wieder mal nicht geht, weil diese Katze... Denk, die Trainer jetzt erst auf Klo. Ich kann es nicht ändern. Rainer. Geh auf Klo. Dann kriegen wir halt jetzt eine schlechte Bewertung. Wenn hier der Tisch so rumspackt, dann... Also, das wird ja überhaupt nichts. So, Rainer. Komm. Untersuchung beginnen. So. Können wir jetzt endlich loslegen? So. Untersuchung. Haut- und Felluntersuchung. Meine Herren, das ist ja... Schwerstkriminell hier heute. Also, wir haben jetzt schon einiges rausbekommen. Dann mach doch noch mal Temperatur messen. Aber wir haben das Problem schon gefunden. Oh, arme Katzi. Dann kriegst du eine Halskrause. Die Besitzerin ist natürlich sehr verängstigt. Trauerzeuge, du bist doch verheiratet. Also, die sich spielen manchmal herrlichst, ne? So. Bevor wir jetzt hier aber alles... Alles hier verlieren. Geh doch jetzt endlich mal deine Mitarbeiterin loben. Bitten her zu... Für Schulung bezahlen. Komm. Wir geben ihr noch mal eine Standardschulung mit auf den Weg. Dann wird sie ja auch noch mal ein bisschen besser. Und dann werden wir sie erst befördern. Ich meine, es ist jetzt 21 Uhr. Wir haben lange aufgehabt. Zwölf ganze Stunden. Wir haben ordentlich Geld verdient. Wir werden die Tierklinik jetzt schließen. Und wir haben 1153 Simoleons verdient. Also, hiermit kann man sich auch echt gut was verdienen. Rainer, du kannst jetzt erst mal den Müll leeren. Und dann kannst du das reparieren. Denn du bist ja eigentlich schon ganz gut in Geschicklichkeit. Und dann werden wir eigentlich nur noch fix nach Hause fahren. Und unser Kinderzimmer endlich einrichten. Ich freue mich auch schon drauf. Aber es wird natürlich jetzt auch nichts Besonderes. Ihr Süßen. Und ja, es wird Zeit, dass wir jetzt nach Hause fahren. Der Tag war lang für Rainer. Ihr seht auch, unsere Mausi ist todmüde. Unsere Mausi ist todmüde aus ihrer Tierklinik. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit ihrer Ausbeute. Wir werden das jetzt noch mal eben hier die Finanzen kurz öffnen, bevor Rainer weg ist. Und die 1.805, die Überschuss sind, weil ich habe immer 25.000 in der Tierklinik noch einmal rüber überweisen. War jetzt richtig, ne? Habe ich richtig gemacht, genau. Weil ich lasse immer so 25.000 in der Tierklinik. Also bis gleich, zu Hause. Ne, ho, ho, ho. Geil. Hier unten soll auf jeden Fall das kleine Kinderzimmer hinkommen. Und wir werden oben auch noch ein kleines Badezimmer brauchen. Ob ich heute schon beides direkt mache, das weiß ich nicht. Aber ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem jetzigen Speed-Bild. Also, bis gleich, ihr Süßen. Musik 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 Im Großen und Ganzen bin ich jetzt soweit zufrieden, das nötigste haben, die Süßen hätten, weil ich will jetzt auch nicht zu viel Geld ausgeben. Ich hoffe, der Part hat euch trotz dieser Ruhe ein bisschen besser gefallen und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Feier im Herzen.